Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr wieder Bock, ein bisschen zu fliegen heute? Ich sag mal so, der Start gestern in Suro, in die erste Folge, war ja schon ganz nice, aber mal gucken, wie es heute wird. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt kein Negativvorteil, äh, Negativ, wahrscheinlich Vorteil, ein Negativereignis geben wird. Jungs, ich muss mal gucken, ich muss hier... Okay Jungs, auf 3, 1, 1, 2, 3, ab in den Flieger! Junge, wir sind alle auseinander. Junge, Kevin, Homie. Ja, ich glaub, heute wird nichts passieren. Also, ich kann mir halt for real vorstellen, dass heute das Flugzeug nicht abschützt. Das war halt echt lustig. Das war ja, dass es ja abgestürzt ist, das war ja auch wegen dem DDoS-Angriff, weil normalerweise hätten wir einfach normal weiterfliegen sollen. By the way Leute, falls ihr noch ein geiles Cape sucht, ne, im Badland-Client, man sieht's jetzt nicht richtig, aber ihr könnt mir vertrauen, dass es gut aussieht. Ihr könnt gerne den Code WASSIGAG im Badland-Store benutzen, um nochmal mich kostenlos zu unterstützen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr im Badland-Store eine, ne, 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 euch was kommt. Okay, die Werbung, das war jetzt, die war eigentlich nicht gut. Aber du sitzt ja so alleine, stinkst du ein bisschen, Junge, weil dir ist halt einfach überall Platz. Naja, ich hab nicht geduscht, weil ich stört mit dem Flug. Salzig oder herzhaft? Die Navigationssysteme sind durch extreme Angriffe stark eingeschränkt. Der Autopilot leidet unter starken DDoS-Angriffen. Extrem. Wir befinden uns aber über einer verlassenen Insel und werden dort eine Notlandung versuchen. Notlandung. Land ist in Sicht. So, wir haben es geschafft. Bitte bleiben Sie entspannt. Entspannt. Und tanzen, let's go. Boah, was ist das denn? Die Korts verändern sich immer noch nicht. Ey, Hugo. Oh, oh, oh. Wir werden nur die Notlandung versuchen. Die Impfung, weil die Natur verändert sich nicht. Erstmal tanzen. Ja. Die Natur verändert sich nicht. Fast die Standard tanzen. Ja. Oh mein Gott. Leute, es geht los. Minecraft Zuro 2. Die Tanzen sind tot. Es passiert. Und let's go. Es ist halt for real so laut einfach. Junge, wie lange schützt ihr mich ab? Halt, alle raus. Ähm. Oh. Habt ihr schon, äh, Ring? Ne, ich geh, äh, ne, ich nehme mal rote Filze mit. Ich fahr schon mal rüber zur Dings, ihr wisst. Fahrst? Fährst oder schwimmst? Ich fahr mit Boot. Ich mach mit dem Boot, würde ich sagen. Einfach rüber nach Norden, ne? Zur anderen Insel. Junge, ich bin einfach HG. Bei mir aber, ich glaube, dass das ein paar andere auch noch machen. Hä, siehst du mich? Ja. Wo? Wamos. Ah ja, ich seh's. Direkt zur Küste oder weiter rechts? Direkt zur Küste, wir nehmen uns alle raus. Ja, das müssen alle mitnehmen. Alle Spiegel. Ah ja, wir müssen alle nehmen. Wir haben echt wenig aktuell noch. Soll ich die auch schon? Ja, ich hab jetzt nicht genug geschlüsselt, aber. Ähm. Ich wurde, ich wurde in einem Mineshaft tippet. Ähm. Jungs, ich wurde einfach in einem Mineshaft zu Celtics und Kevin tippet. Ja, warum bin ich tippet worden? Ich bin einfach komplett woanders. Ich bin ja, oh Gott. Ich bin ja froh, dass ich bei Celtics und Faison und so bin. Ich war für ein anderes Team jetzt erst mal tot. Eher gesagt, er hat Holz davor gemacht, du? Du da warst jetzt? Ja. Ja, ich hätte ganz gerne in der Oberfläche noch ein bisschen mehr Stuff mitgeholt, ne? Dankeschön. Dass mir sowas passiert, ne? Ist halt auch. Folge auch einfach so random. Ja, auf einmal war ich einfach da. Jungs, wir haben halt ein Essensproblem, ne? Ich hab eine Karotte. Soll ich lieber hochbleiben und fahren? Weiß nicht. Der ist vielleicht schlau. Ja, ich glaube, vor allem schaffen wir die Folge so, ne? Aber. Gold? Ja, ich hab auch 8 Gold. Ach, ihr habt schon alles nicht mitverkauft? Ja. Ja, okay. Ich hab extra eine gemacht, weil ich schon damit gerechnet hab. Okay, ich bin wieder vollgehealed by the way. Ja, ich hab jetzt keine Federn mitgenommen, was ich eigentlich da hatte. Ich hab keine mit nichts gefunden. Ja, vielleicht, ich geh einfach mal davon aus. Aber eigentlich, also, mein Plan war eigentlich schon noch extra jetzt. Ich hab heute extra gecallt, jo, ich will mehr Federn mitnehmen, so. Und mehr Chicken. Ich will Sand noch extra mitnehmen. Ja, aber heute bin ich einfach schon in der Cave. Ja, ganz entspannt. Wir cave'n einfach unser Dings. Wenn wir erstmal für Iron sind, würde ich sagen, dann gehen wir vielleicht wieder erstmal in die Oberfläche. Oder? Ja, vielleicht auch schlau, ja. Aber die Strings halt auch, ne? Ja, also ich hab mir ein paar Strings gejoinkt, ne? Logischerweise. Ach so. Du. Aber wie viele? Ja, fünf Stück. Das wären zwei Crossbows. Oder ein Crossbow im Bogen. Bleibt schon ruhig, das ist kein Problem mit dem Essen. Wir kriegen das alles hin. Wir gehen nach oben nachher. Aber mich wunderts auch, denn die ganzen Karotten und so, die vorher da waren, die waren nicht mehr da. Ja, lass hoch jetzt. Ja, ich grab' schon nach oben. Wir könnten auch unseren Weg einfach hochgehen, das wäre viel schneller, oder? Und wenn du den schnell findest? Ich hab' den hier. Okay, dann. Easy. Das sind zu viele. Ja, ich muss hier jetzt durchblicken. Ja, wenn die Agro auf euch haben. Ja. Wir müssen halt hier rein, ne? Weil da ist unser Gang. Aber es ist vielleicht ein bisschen. Oh mein Gott. Hugo, passt mal auf. Oh mein Gott. Hugo. Hugo, äh. Ich kenn... Oh, das ist super. Ihr bist kaum. Ihr bist kaum. Ja, I try. Ich will nicht, dass die Creeper Agro haben, weil wenn die Creeper... Ne, hier sind Creeper auch noch. Hier ist ein Creeper bei euch noch unten. Ja. Naja. Naja, okay. Wir haben alle fast gekürt. Ich bin wieder bei euch. Alles gut bei die Hugo? Ich bin auf dein Herzen. Hugo, mach keinen Scheiß, bitte. Schön. So, ganz ruhig jetzt. Hat jemand braune Pilze, please? Einmal. Ich hab einen. Braune euch, ey. Gar keine mehr. Hugo, hast du noch einen braun? Ey, hier im Gang steht ein Skelett. Ich hab braune, ja. Wie viele? Drei. Kannst du mir einen geben? Ich muss hier hin. Ich bin auf drei. Ja, okay. Junge ey, ich dachte schon, Digga, ich hätte so auf den Tisch geschlagen. Ja, chill. Ja, chill. Vielleicht hätten wir uns einfach da nochmal hochbauen sollen. Ja, weil... Aber konntest du nicht wissen. Alles gut. Achso, es regnet, weil man sich dann... Kann man nicht mit Lava kühlen, ne? Ja. Das sind einige. Ja, Hugo, sind... Ich glaub, da ne Mobs. Pass auf, Hugo. Hugo, pass auf. Hugo, pass auf. Wirklich. Auch du kannst bald sterben. Wir müssen auch vor den... Junge, du siehst einen Spieler, du gehst halt full, hä? Junge, du musst aufpassen. Das sind einfach tausend Mobs. Ja, ja. Hier hat überall Mobs. Du bist tot, ne? Ja, lass zurückgehen. Lass zurückgehen zu den Pilzblöcken, würde ich sagen, oder? Ja, ich bin Autosprint. Ich brauche was zu essen. Egal, Jungs. Wir müssen uns jetzt einfach ein bisschen beruhigen. Es ist jetzt nicht alles nach Plan gelaufen, aber es ist ja trotzdem... Ist ja jetzt nicht schlimm oder sonst was. Aber mit dem Essen ist halt ein Killer jetzt gerade. Aber wir kriegen das ja gerade hin. Ist ja nicht so, als wenn jetzt gerade Aussicht auf Besserung ist. Ja, ich baue hier jetzt die Pilzblöcke ab, ne? Ja. Wir machen das so. Also, es müsste eigentlich so funktionieren. Ja, easy. Ja, guck. Das meinte ich halt. Ja, ja. Ähm. Dahinten ist ein anderes Team. Dahinten ist ein anderes Team. Vier Leute. Virens? Ja. Ja, voll iron. Ich würde da erstmal vielleicht lieber lieben. Kommt mal Richtung Norden. Kommt mal Richtung Norden. Kommt mal Richtung Norden. Lass mal Richtung Norden. Und dann lass mal zu, ähm, Fabo. Dann splitten wir alles. So, ich hole dann gleich noch mal ein bisschen Sand. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass wir einfach mal ein bisschen rumtrailern. Weil ich hoffe halt ein bisschen gerade darauf, dass es mal Tag würde. Aber es ist basically die ganze Zeit nach, seitdem wir hier sind. Oh, hier ist noch wer. Wer? Hier ist Meister Gamer. Zumi. Wollen wir da mal unsere Lava einmal rein tippen? Ja, das ist... Einmal würde ich tippen. Nein, wenn es drei Leute sind, würde ich es nicht mal bei zwei vielleicht. Es sind zwei. Okay, bei zwei, ja. Oh, dann... Und laufen die oder sind die unter Jüdisch? Unter Jüdisch. Ich baue mich gerade rein. Ey, aber ganz ehrlich, in einem Gang ist das sau-dangerous. Weil die setzen einen Lava einmal auch und dann... Die Frage ist halt, ob die überhaupt schon Lava einmal gehabt haben, ne? Ich habe doch kurz einen hier gesehen. Achso. Das war er. Oh, die haben Farm und so. Eine Farm? Ja, lass mal... Hier ist vorne. Hey, das sind einige mehr. Das sind drei Leute. Die, also gerade kämpfen die. Theoretisch könnten wir gerade was machen, ne? Ich habe schön Gold von denen. Wollen wir gucken? Hier ist Übelkon unser. Die haben Full Iron, lass weg, oder? Ja. Ey, jetzt. Ja, die wollen auch, die wollen auch. Haben die Lava einmal? Ja, ja, lass weg. Lass weg. Aber Tiere überhaupt nicht da. So komplett... Nee, das fand ich auch doch. Tiere komplett afghan. Da waren drei Hühler. Aber wo waren denn die ganzen Melonen, die ich davor auch gefunden habe? Ja, ich habe auch das Gefühl, Oxidates waren auch nicht. Also da, wo ich in der ersten Folge geflammt habe, waren auch nicht so viel. Aber ich sage mal so, schlussendlich können wir ja sagen, dass die Folge trotzdem bis zu dem Punkt jetzt eigentlich ja... sich jetzt nochmal ganz gut geturnt hat. So. Also Essen hat sich ja auch stabilisiert. Filze sind halt immer da. Hör mir vorstellen, dass wir mit so am meisten Essen haben. Äh, ja, wir könnten da rein touchen jetzt gleich nochmal, wenn wir vielleicht Oakleafs sehen, die eigentlich abbauen. Ich habe relativ schnell Dings, die es bekommen. Sind das Dschungel-Leafs oder sind das Oakis? Ich habe gerade vorn... Hier sind Oakleafs. Ich habe auch so Randomleafs abgebaut und habe da auch einen... Ach, hier. Ja, lass mal vielleicht alle Oakleafs abbauen mit der Hand. Ja, ich habe einen Setzling. Können wir halt normalen Baum abbauen. Ja, weil Gaps ist halt das... ist halt viel geileres Healing im Kampf als die Suppen. Logischerweise. Nein, er schreibt gerade, ist droppen weniger Äpfel, ich kriege auch nur. Ich habe einen mitbekommen. Ähm, stellt dir mal, wenn ihr noch Ores habt von Gold, dann... Doch einen. Dann smeltet auf jeden Fall schon mal durch, ne? Also ich habe keine Golderzen mehr. Dann lass uns meinetwegen... Ich habe jetzt drei Äpfel, ich weiß nicht, ich habe die Gold gesmeltet. Ja, auch einen. Ich habe auch zwei. Dann lass jetzt irgendwo hingehen, wo wir jetzt ausmachen und dann lass da noch smelten. Ja. Warte. Wo gehen wir jetzt hin? Äh, also ich stehe neben Stege hier. Aktuell. Dann würde ich jetzt Richtung Süden zurück, dass wir... zur anderen Nachbarinsel. Aber wir brauchen halt immer noch Food. Ach, hier sind Melonen. Ja, sehr gut. Perfekt. Oh, let's go, boys. Kannst du auch die Dings hier mitnehmen, dann hast du die Samen. Ist auch nice. Melonen schmecken vor allem im Sommer. Fresh. Ist ne Kuh. Ja. Das Wort zum Projekt. Ey, ist ne kleine Kuh. Oh, Kürbisse. Dann lass die. Aber vielleicht würde Milch einmal noch sind. Lol. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Einfach so. Ein Kürbis abgebaut. Hey, lol, dass wir da reingehen. Was denn? Ist da eine Höhle? Ey, sind sie im Eisen einfach. Danke schön. Hier, 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 hier sind welche. Pass auf, pass auf, pass auf. Wo, wo, wo. Hier, bei uns, bei uns. Koordinat. Ja, wir sind bei euch. Was ist hier? Ja. Steh, komm hoch, komm hoch. Die Folge ist in drei Minuten vorbei. Achtung, soll ich Ihnen Angst machen? Achtung. Geh mal weg. Ohoho. Ich hab denen, ich hab denen ein paar braune gegeben. Wir brauchen die, oder? Ah Leute, die kann man anflützen. Ja und ich hab alles verloren. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt bei denen mich jetzt ausloggen. Ja auch nicht, deswegen lass weg. Ja, ich glaub die, die gehen eh ein bisschen zurück. Mal gucken. Also das ist halt krass. Wir können halt nicht unbedingt noch mehr an, an, an Stuff schaffen, weil wir halt keine Dias so dingsen können, aber mal gucken, was das noch so wird, ne? So Jungs, ich würde sagen. Impf noch aufmachen vielleicht. Let's go, Leute! Stabile zweite slash erste Folge. Wir leben alle noch. Stabil. Ich wurde, jetzt war ich mal ungewollt in den Mindshift erst. Aber war doch stabil! Stabil. Schön, Jungs. GG, Leute. Lasst nen Like da. Einfach überleben! Wir sind ein Team!